Aktiensplits, sie sind wieder schwer in Mode und sie bringen Kursgewinne, allerdings nur im Vorfeld des Splits und vor allem unmittelbar nach der Ankündigung. Das Beispiel Nvidia hat es wieder gezeigt. Die Frage für alle Spekulanten unter euch lautet daher, welche Aktie wird die nächste sein, die gesplittert wird? Ich nenne euch hier meinen Favoriten und ich habe noch dazu eine wichtige Ankündigung für euch. Seid gegrüßt, liebe Boasjana, ganz herzlich willkommen zu einem Quickie hier auf meinem Aktienkanal. Ich habe allerdings vorab eine Ankündigung für euch. Durchatmen, vielleicht die wichtigste Ankündigung des Jahres und nein, freut euch nicht zu früh. Ich höre nicht auf, ganz im Gegenteil, es geht jetzt richtig los und zwar mit der InvestUp Community. Und ich möchte dich direkt um deine Mithilfe bitten, um diese Community von Anfang an gut oder noch besser zu machen. Das heißt also, dein Feedback spielt eine große Rolle in deinem InvestUp Community. Bekommst du glasklare Einschätzungen, kein Wischiwaschi, ein klares Fazit und zwar von den Experten aus unserem Netzwerk. Timo Bautzloss ist mit dabei, Sebastian Hell, Erik Nebe, Lars Eriksen, Alexander Mittermeier und ja, ich auch. In diesem Netzwerk sprechen wir über die wichtigsten Aktien, welche bewegen sich jetzt gerade, warum, wie geht es weiter, was sind die wichtigsten Trends, welche Nachrichten solltest du im Auge behalten. All das möchten wir dort für euch liefern. Das geht ab sofort los. Und wenn du, wie es so schön heißt, Beta-Tester sein möchtest, dann lade ich dich dazu ganz herzlich ein. Mach das insbesondere, wie gesagt, dann, wenn du auch Lust hast, dein Feedback zu geben. Die ersten 50 Plätze, wir wollen erstmal mit einer kleineren Runde starten, um zu sehen, was wir noch besser machen können, die vergeben wir jetzt. Du kannst dich eintragen unten, natürlich ohne jede finanzielle Verpflichtung. Und wenn du diesen Beitrag erst ein bisschen später siehst, gar kein Problem, es geht in Kürze dann in echt los. Trag dich also auf der Warteliste schon mal ein. Und ich kann dir versprechen, es wird sich lohnen. Schnell sein lohnt sich also in diesem Fall. Sich einzutragen lohnt sich aber auch InvestUp Community. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Projekt. So, jetzt denken wir auch mit dem Video von heute los. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht vor zwei Jahren, um so, dass ich irgendwann mal ein Video machen würde, in dem ich darüber spekuliere, welche Aktie als nächstes gesplittet wird. Aber das Umfeld ist gerade wieder so bullisch, dass es durchaus sinnvoll erscheint im Moment. Kurz für den Neubaus, ja nur unter euch. Eine Aktien-Splitt bedeutet einfach, dass der Unternehmenskuchen als Ganzes in noch kleinere Stücke unterteilt wird. Ein Kuchenstück ist eine Aktie, ein Anteil und wenn es vorher zehn Kuchenstücke gegeben hat und eins davon hat dir gehört, dann hat dir quasi ein Zehntel oder zehn Prozent des Unternehmens gehört. Nun kann es sein, dass der Kuchen irgendwann so groß wird, dass sich manche aber nicht mal mehr ein einziges Stück leisten können. Sprich eine Aktie, weil die so teuer geworden ist. Und das war eben zuletzt aufgrund dieser fulminanten Performance bei Nvidia der Fall. Die war bis auf über 1000 Dollar je Aktie gestiegen. Und wer eben nur 100 Dollar zum Kauf zur Verfügung gehabt hat, der konnte die Aktie daher nicht kaufen. Gut, es gibt inzwischen auch schon Broker, wo man Teilstücke in einer Aktie erwerben kann, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Nvidia hat sich einfach gesagt, okay, wir wollen aber auch, dass Anleger mit weniger Geld unsere Aktie kaufen können. Und Nvidia hat deshalb im übertragenen Sinne aus zehn Kuchenstücken 100 gemacht. Ein 10 zu 1 Aktien-Splitt heißt das in der Fachsprache. Bedeutet die Zahl der ausstehenden Aktien hat sich verzehnfacht. Der Kurs entsprechend gezehntelt, weil eine Aktie eben dann nur noch ein Zehntel dessen Wert ist, was sie vorher wert war. Ja, heißt eine Nvidia-Aktie kostet aktuell jetzt 112,72 Euro umgerechnet im Vergleich zu 1.127,20 Euro vorher. Und natürlich erhalten die bisherigen Aktionäre entsprechend auch mehr einzelne Stücke vom Kuchen. Wer bisher eine Aktie besessen hat, der hat jetzt eben zehn Aktien. Das heißt, es hat sich also im Prinzip gar nichts geändert für den einzelnen Aktionär, außer vielleicht, dass er eben jetzt die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch fünf Aktien zu verkaufen, also seine Position zu halbieren, während er zuvor eben nur die Wahl hatte, die Position entweder als Ganzes zu halten oder ganz zu verkaufen, wenn er eben nur eine einzige Aktie gehabt hat. Und für das Unternehmen hat sich nichts geändert, weder was die Zukunftsaussichten betrifft, noch was die Bewertung betrifft, noch was die Maulkapitalisierung betrifft und so weiter. Das heißt, aus rein fundamentaler Sicht, wenn man nur Zahlen, Daten, Fakten und die Bewertung anschaut, dürfte so ein Aktiensplit eigentlich gar keinen Einfluss auf den Kurs einer Aktie haben. Dennoch gibt es aber Studien, die das Gegenteil zeigen, beispielsweise die von Jared Woodard, hier im Bild von Bank of America. Der hat das mal ausgewertet die letzten Jahre. Was ist eigentlich passiert, nachdem Unternehmen einen Aktiensplit angekündigt haben, im Durchschnitt in den zwölf Monaten nach Bekanntgabe des Splits, haben die tatsächlich um 25% an Wert zugelegt im Vergleich zum S&P 500, der im selben Zeitraum um 12% zugelegt hat. Und es war auch so, dass die meisten Aktien an Wert zugelegt haben und der durchschnittliche Gewinn höher war als der durchschnittliche Verlust. Das heißt, es wurden quasi in dieser Studie Ausreißer versucht rauszuziehen und trotzdem war das eben valide. Das heißt, Aktiensplits sind ein Zeichen der Stärke und Woodard ist es sicher, dass Aktien, die Splits ankündigen, auch gute Kaufkandidaten sind. Und der Kursverlauf von Nvidia nach Bekanntgabe dieses Splits, der unterstreicht das eben, seht ihr hier im Chart blau eingeräumt, den Kursverlauf in den vergangenen drei Wochen. Nach Bekanntgabe des Splits, da ging es im Prinzip nur bergauf. Natürlich, es gibt logischerweise auch andere Kurseinflüsse bei Nvidia, speziell zum Beispiel die Quartalszahlen, die eben auch an diesem 22.05. gemeldet worden waren. Und dennoch, die Aktie passt mit dieser starken Kurssteigerung nach der Ankündigung eben gut ins Bild. Und ganz wichtig zu verstehen, dass nach meiner Erfahrung eben der Großteil der Kursgewinne unmittelbar nach der Ankündigung eines solchen Splits erfolgt, nicht erst nach dem Wirksamwürden. Bei Nvidia war das ja am Montag der Fall. Das war der erste Tag, an dem die Aktie Splitt bereinigt, also bei etwas über 100 Dollar notiert hat, die Kursgewinne. Die finden jedoch überwiegend im Vorfeld dieser Wirksamwürden statt, so auch bei Nvidia. Und der zweite Punkt, und das ist eine gewisse Einschränkung, solche Aktien Splits finden meistens in einem sehr freundlichen Börsenumfeld statt. Also wie aktuell, mitten in Bullenmärkten insofern ist zu beachten, wenn sich im Zeitraum von der Split-Bekanntgabe bis zur Umsetzung das Börsenumfeld massiv eintrübt, dann sind dagegen natürlich auch die Aktien, die gesplittet wurden, nicht immun. So, jetzt aber endlich zu sehen, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, der Frage, welche Aktie die nächste sein könnte. Und hier muss ich noch trotzdem noch einen Satz vorausschicken. Ein Grund, der meiner Ansicht nach mit ursächlich für den Split bei Nvidia war, ist, dass die Chancen, dass die Aktie in den altehrwürdigen Dow Jones Index jetzt aufgenommen wird, durch diesen Split größer geworden sind. Das liegt daran, dass der Dow ein preisgewichteter, kein marktkapitalisierungsgewichteter Index ist. Das wiederum heißt, wie stark eine Aktie im Dow Jones gewichtet wird, hängt nicht von der Marktkapitalisierung ab, also nicht vom Kurs mal zahlen ausstehenden Aktien, sondern tatsächlich nur vom Börsenkurs. Weil Nvidia vor dem Split ja bei über 1.000 Dollar gestanden hat, hätte sie nach einer Aufnahme gewaltigen Einfluss auf den Kursverlauf des Dow gehabt, wegen der dann eben hohen Gewichtung. Jetzt bei 120 Dollar wäre der Einfluss wesentlich moderat, und das könnte deswegen aus meiner Sicht gut sein, dass die Aktie bald in den Dow Jones aufgenommen wird. Dazu muss man noch sagen, dass selbiger Dow Jones Industrial Index, wie er ja mit vollem Namen heißt, zwar nüchtern betrachtet, eine Bedeutung verloren hat, eben wegen solcher veralterter Regeln eine Aufnahme aufgrund der Tradition des Index, aber immer noch mit sehr viel Prestigegewinn verbunden ist. Sprich, die Firmen, die auf Basis ihrer Marktkapitalisierung beziehungsweise eben ihre Bedeutung für den US-Aktienmarkt eine realistische Chance auf eine Aufnahme hätten, die wollen im Normalfall da auch rein in diesen Dow Jones. Und da kommen wir jetzt endlich zu meiner Spekulation, es gibt nämlich noch einen Vertreter der Magnificent Seven, der eigentlich aufgrund seiner Größe ein Kandidat für den Dow Jones wäre, aber noch nicht aufgenommen worden ist, nämlich Meta Platforms, die ehemalige Facebook, hier mal eine Chart dazu, Meta ist der einzige Vertreter aus diesem Magnificent Seven, der noch nie einen Aktien-Split durchgeführt hat. Und der Kurs liegt mit der Welle zwar nicht bei über 1.000 Dollar wie bei NVIDIA, aber immerhin bei über 500 Dollar. Und auch das ist ein Kursniveau, bei dem das Dow Jones Beratergremium, das ja über eine Aufnahme entscheidet, wahrscheinlich eher den Daumen senken wird. Denn, wenn wir uns die aktuellen Kurs der Dow 30 Aktien mal anschauen, hier einen kleinen Überblick, dann sehen wir, dass es zwar inzwischen drei Werte gibt, die immerhin Kursi von über 400 Dollar haben. Goldman Sachs, Microsoft und United Health Hub, die sind eben entsprechend auch schon lange mit dabei. Und nichtsdestotrotz wurde Meta Platforms bei einer Aufnahme beim aktuellen Kurs von über 500 Dollar dann gleich von Anfang an, die am höchsten Gewichte der Aktie seien. Und das ist eben eher nicht einzunehmen, dass das im Sinne des unabhängigen Gremiums wäre. Die sind immer sehr auf Kontinuität betrachtet. Und Salesforce zum Beispiel, die inzwischen auch im Dow Jones sind, Metra Tech-Wert, seit August 2020 sind die mit dabei. Die haben aber zuvor ebenfalls auch einen Aktien-Split durchgeführt. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich halte die Meta Platforms oder Meta Platforms für einen der Hauptverdächtigen, wenn es um die Frage geht, wer von den Großen als nächstes einen Aktien-Split durchführen wird. Und ich bin ohnehin also weiter bullish für die Aktie, auch aufgrund der Fortschritte im Bereich KI mit dem Lama Large Language Model. Und auch der Chart sieht gut aus, ein neuer Ausbruch könnte hier bevorstehen. Also daher mein Favorit. Und das war es auch schon von meiner Seite für heute. Glückwunsch an alle, die einen Platz in unserer InvestUp Community ergabbern konnten. Alle, die es nicht geschafft haben, nicht enttäuscht sind, einfach auf die Warteliste setzen lassen. Siehe auch die Beschreibung in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Armin Park und wie immer gilt, das alles ist nur meine Meinung, keine Anlageberatung. Und wenn das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Bis Sonntag, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ciao, ciao.